Musik Hi und herzlich willkommen zur Auflösung vom Adventskalender-Rätsel Nummer 3, das ja eigentlich relativ leicht war und einfach nur, wer bin ich hieß. Und die Frage war so leicht zu verstehen, dass es auf jeden Fall auch ein gutes Grundschulkinder-Rätsel war, aber so einfach zu beantworten war sie vielleicht nicht. Und der Trick an der Sache ist einfach, die Monate mal auszuschreiben. Und dann könnt ihr euch nämlich das Rätsel nochmal anhören und dann ist es eigentlich ganz einfach zu sehen. Der Wichtel hat ja gesagt, man sieht mich genau einmal im Oktober, genau zweimal im November, genau dreimal im Dezember. Und jetzt schaut euch doch mal die Monate an. Genau einmal im Oktober gibt's das E. Genau zweimal im November gibt's das E. Genau dreimal im Dezember gibt's das E. Und damit ist klar, die Antwort auf die Frage, wer bin ich, ist das E. Und wie oft sieht man mich im Januar? Naja, ziemlich easy. Man sieht mich im Januar gar nicht. Also nullmal, weil da kein E drin vorkommt. Und da sieht man mal wieder, ganz schön an diesem Rätsel, manchmal muss man mit Absicht nicht zu kompliziert denken. Und das können Kinder super gut, wenn ihr denen das Rätsel zeigt, Grundschulkindern vor allem, die sich gerade mit Buchstaben beschäftigen und so, die werden das innerhalb von 30 Sekunden lösen. Versprochen. Schön auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Lust habt auf weitere Rätsel, jeden Tag gibt's hier eins im Rätsel-Adventskalender. Und dann könnten wir uns, wenn ihr Bock habt, also einfach morgen wieder zum Rätseln treffen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Adventszeit. Und wenn ihr Lust habt, ich würde mich freuen, sehen wir uns bald wieder. Ciao!